Schön. Du bist also Gujarati. Welche Religion? Hindu. Ah, okay. Du? Jane. Jane? Was ist das? Wie Hindu auf Steroiden. Okay. Alles nur strenger. Zum Beispiel? Vegetarier. Bist du strenger Vegetarier? Ja. Und du? Ich halte es flexibel. Es ist mir nicht so wichtig, so denke ich nicht. Bist du Vegetarierin? Nochmal, ich mag diese Schwarz-Weiß-Kiste nicht. Du beantwortest die Frage nicht. Wenn man es genau nehmen will, bin ich Ovo-Lacto-Halb-Vegetarierin. Du hast keine Ahnung, was ich meine. Ich finde, die Frage ist noch nicht beantwortet. Also, ich lasse mich in keine Schublade stecken. Isst du Fleisch? Was verstehst du unter Fleisch? Eier? Oh mein Gott.